Ja, hallo Rudi, vielen Dank für die Nominierung von Mr. Austria. Ich habe eigentlich gedacht, der Hype wäre vorbei, der Hype wäre rum. Die Gaudi ist ziemlich durchs Dorf, allerdings ist es ja von gutem Zweck. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, heute auch an der Eisbacke Channels teilzunehmen. Jetzt schauen wir mal das Eis rein. Meine Spende geht nicht an die ALS-Forschung, ich glaube, die hat mittlerweile schon ganz viel an Spenden bekommen, sondern zugunsten der Demenz- und Alzheimerhilfe und deswegen, weil wir im direkten Familienumfeld eine Betroffene haben. Ich nominiere meinen Sohn Alexander Ruchte Jr., Marvin Heimpel und Philipp Scheer und sage, top, wie nett dir geht. Sohn Alexander Ruchte Jr.